Willkommen zu einer weiteren Ausgabe voller Emotionen und Neuigkeiten über unseren geliebten Verein. Heute tauchen wir in die heißen Neuigkeiten rund um eines unserer vielversprechendsten Talente ein, K.O. Itakura. 2024 verspricht ein arbeitsreiches Jahr für den japanischen Verteidiger zu werden, mit großem Interesse von europäischen Giganten wie Liverpool und Tottenham. Lassen Sie uns die neuesten Entwicklungen aufdecken und wie diese die Zukunft unseres wertvollen Verteidigers beeinflussen könnten. Erstens hob der renommierte Transferexperte Fabrizio Romano K.O. Itakura als einen Spieler hervor, den man im Jahr 2024 genau beobachten sollte. Mit 26 Jahren hat sich Itakura nicht nur auf nationaler, sondern auch internationaler Ebene einen Namen gemacht, indem er die japanische Nationalmannschaft beim Asiencup vertrat. Allerdings musste er wegen einer Knöchelverletzung einen Monat lang pausieren, was seine Rückkehr unsicher machte. Die überraschendste Wendung in den Nachrichten kam ans Licht, als Romano enthüllte, dass K.O. Itakura eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag hat, die bis 2026 gültig ist. Diese Information widerspricht früheren Berichten in deutschen Medien, die behaupteten, dass der Verteidiger seitdem keine solche Klausel mehr hatte Transfer von Manchester City zu Borussia Mönchengladbach für 5 Millionen Euro. Derzeit hat sich sein Marktwert verdreifacht und erreicht die stolze Marke von 15 Millionen Euro. Itakuras bemerkenswerte Qualität und Leistung sind den europäischen Giganten Liverpool und Tottenham nicht verborgen geblieben, die nun den japanischen Verteidiger im Visier haben. Die Enthüllung der Ausstiegsklausel verleiht dieser Geschichte eine neue Ebene der Komplexität und hinterlässt bei den Fans von Borussia Mönchengladbach einige drängende Fragen. Jetzt wird die Situation für unseren geliebten Verein heikel. Angesichts des großen Interesses von Vereinen wie Liverpool und Tottenham und der überraschenden Enthüllung bezüglich der Ausstiegsklausel stellt sich die Frage, ist der Verbleib unseres geschätzten Verteidigers gefährdet? Als Fans wissen wir, wie wichtig K.O. Itakura für die Stärke unserer Verteidigung ist. Wir möchten ihre lebhaften Meinungen hören. Was halten Sie vom möglichen Interesse von Liverpool und Tottenham an K.O. Itakura? Kann die Ausstiegsklausel eine echte Gefahr für den Verbleib unseres talentierten Verteidigers darstellen? Hinterlassen Sie unten Ihre Kommentare.